Und auch beim Checkpott-Turnier in Wiener Neustadt läuft es für den 37-Jährigen außerordentlich gut. Na, dann wollen wir uns mal wieder ganz schnell am Cash-Tisch bewegen, damit man ja ein bisschen Kohle in die Runde kommt hier, ne? Man weiß ja nur Turnieren, ne? Da wollen wir einfach mal zusehen, dass wir mal wieder ein bisschen Taschengeld nach Hause bringen, sonst wird die Frau sauer, heißt das. Sie kennen das ja, mit den Frauen und mit der Kohle, meine ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.